Liebe Freunde, ich freue mich euch heute Abend ein bisschen Erklärungen abzugeben, weil so viele Mails mich erreichen in Bezug auf die Sonnendimmung, in Bezug auf die Wetter im Allgemeinen, in Bezug auf unsere Zukunft, auf den Aufstieg und so weiter und so fort. Es ist so vieles, was auf uns zukommt. Ich habe mir gerade mal die Tabelle hier hin gemacht, damit ich euch ein bisschen was erzählen kann von den letzten Messungen. Also heute war es ganz heftig. Wir gehen dann mal davon aus, dass wir von einem Standardwert von 167 auf 633 gestiegen sind. Das sind immerhin 397 Prozent. Was ganz interessant ist bei dieser Wertesteigerung, wie sie im Moment wieder ist, erinnert mich ein bisschen an das Jahr 2000, glaube ich, war das letztes Jahr irgendwie dieselbe Zeit. Was mich da ein bisschen wundert, das sind dann die Wertesteigerungen vom 1.6. an bis heute. Da waren dann als Beispiel 18.200.000. Dann ging es hoch auf 41.000.000, 277 Millionen und dann kamen 75 Millionen. Also immer so praktisch verdoppelt bis zum 12.6. da hatten wir dann die 402 Prozent, also eine gewaltige Steigerung. Und dann eben die letzten drei Tage 329 Prozent, 303 Prozent, 397 Prozent. Da muss man sich die Frage stellen, wenn diese Steigerungen so gewaltig sind, warum passiert dann nichts? Das ist auch eine von den Fragen, die ich immer die letzte Zeit gestellt bekam. Ja, es passiert sehr viel, nur wir sehen es nicht so. Dann kam die andere Frage, warum die Messie oder warum kommt kein Vorkommen bei den Levels? Da ist es genauso. Die Levels, die sind praktisch jetzt schon einen Monat so relativ stationär. Sie steigen schon an, aber nicht im Vergleich wie das vorher war. Vorher sind die Levels angestiegen, manchmal in einem Tag zwei Levels und später drei Tage ein Level und so weiter. Und jetzt hängen wir schon einige Zeit mit den Levels so rum aus Level 14. Moment, ich gucke. Das waren dann auch vom 1.6, ich habe gerade die Tabelle vor mir. Das waren wir dann bei 24,50 Prozent und bis heute sind wir erst auf 3,50 Prozent angekommen. Da könnte man sich schon die Frage stellen, warum geht das nicht so schnell vorwärts. Und ich habe selbstverständlich dieses Video gemacht und habe Joshua befragt, warum das dies oder jenes so passiert. Die Antworten, die waren ganz klar und deutlich. Weil wir Menschen die Zeit dafür brauchen kam als Antwort. Dann gucke ich immer diese Antworten selbstverständlich nachzupenden mit meiner Tabelle vom VileScout. Das ist eine Tabelle, die kann jeder sich bei uns auf der Webseite ausdrucken. Die ist da drauf. Und da ist es so einfach. Da könnt ihr erkennen, wie wahr etwas ist, wenn ihr Nijavoyer Bauchgefühl gehen könnt. Und ich fände das dann immer damit aus. Auch diese Aussagen von Joshua, die ich dann erhalte, um zu ergründen, inwieweit inwieweit ich solche Sachen dann posten soll oder nicht. Es könnte ja sein, dass unter 70 Prozent sind, dann sage ich immer, das genügt mir nicht. Denn dann ist zu viel von meinem Ego noch drin oder was ich Wunschdenken nenne und mein Verstand mir vielleicht sagt. Und wenn ich aber über 100 Prozent Wahrheitsgehalt bin, dann bin ich zufrieden, dann kann ich das bedenken, das posten. Und auch diese ganzen Aussagen, die ich jetzt machen werde, durch Joshua, sie sind alle von mir ausgebrannt und weit über 100 Prozent. Joshua lässt uns wissen, dass alles, was sich jetzt im Moment so entwickelt in der Form relativ normal ist. Warum? Warum ist die Sonnendimmung da? Warum? Warum steigt die Schwingung extrem schnell hoch? Ja, warum? Und diese Fragen habe ich ihm gestellt. Also erstmal wollen wir dann ein hauptbrändliche Thema versprechen, die Sonnendimmung. Da war ich auch ein bisschen skeptisch, als Joshua zu mir gesagt hat, die Sonne wird jetzt gedimmt. Ich weiß nicht mehr, wann wir angefangen haben. Ich müsste jetzt egal was sagen. Äh, ich müsste zuerst zurückgucken, ja. Äh, als das reinkam, wir sollten die Werte messen von der Sonnendimmung. Okay, habe ich das gemessen. Die Sonne wird von der geistigen Welt so viel gedimmt. Dann wird die Sonne gedimmt von der, von unserem Umfeld, das heißt von uns Menschen durch Schmutz, den wir in die Natur entlassen, wie die Chemtrails, die bewusst ja hergestellt werden. Sie wird aber auch durch natürliche Umstände beschmutzt, die diese Luftstratosphäre, die das dann speichert. Das sind dann zum Beispiel bei den vielen Vulkanausbrüchen sind es dann Ascheburgen, die Hochsteige, die aber dann langsam wieder runterkommen. Und so haben wir ganz einfach diese Variationen, äh, bei der Tabelle, die die Sonnendimmung angibt. Man sieht da manchmal sind dann auf zwei, drei Tage ein paar, ähm, halbe Grad oder Prozentunterschied. Aber das ist alles natürlich. Und die Dimmung von der geistigen Welt, die steigt permanent hoch. Das heißt, wir werden immer mehr runtergedimmt. Was wird jetzt gedimmt? Da sagte neulich jemand, hat mir jemand geschrieben und gesagt, ja, was willst du, Gio? Was willst du überhaupt da messen? Ja, denn, äh, wir haben hier 43 Grad in der Sonne und wenn sie gedimmt wäre, wäre das nicht so. Ja, das mag stimmen. Und da will ich auch gar nichts darüber streiten. Ich rede ja nicht von der Sonnenstärke. Ich rede von der Lebenskraft oder ich nicht, sondern viel mehr Joshua. Da ergibt uns zu verstehen, dass diese Lebenskraft, die die Sonne beinhaltet, nicht die Wärme, ja, dass die gedimmt ist. Das heißt, es kommt immer weniger Lebenskraft zu uns Menschen an. Warum? Nun ganz einfach, sagt Joshua, um dieses Trennungswerk zu verbringen. Was das alles noch beinhaltet? Da werde ich näher drauf eingehen. Besonders habe ich mir das in einem Live-Shending reserviert für unseren schönen Zusammenkommen in Basel. Das soll jetzt keine Schleichwerbung sein. Das ist da vorgesehen, auch von, nicht nur allein von mir, von Joshua, weil da das richtige Publikum ist und diese auch festgehalten wird auf Video. Das ist nun mal, was Sonnendimmung angeht. Wollen wir uns da mal gespannt halten, was da noch auf uns zukommt. Dann die Schwingungen. Level 14, der unendliche Level, 14 hat irgendjemand auf einem Blog geschrieben, wie lange ich denn da noch die Messungen auf Level 14 halten würde, musste ich auch lächeln, denn ich halte gar nichts. Ich messe nur. Und dieses Messen ist eine ganz ernste Sache und ich mache das komplett in der göttlichen Kraft, wo ich absolut verbunden bin, wo ich mich vorher ganz energetisch reinige, damit nichts das Resultat verfalschen kann. Und glaubt mir, diese Sachen, die mache ich aus tiefstem Herzen, voll in meiner Arbeit, wie das sein soll. Stellt euch mal vor, ich würde da irgendwie, wie man aus dem Ego heraus, das wäre furchtbar, für mich vor allem, denn die Resonanz des Universums würde mich ganz gewaltig da starfen, aber ich würde mich durch die Resonanz des Universums selbst bestarten. Also das ist so ein großes Tabu, dass man denkt, bitteschön, der pendelt egal was da, oder der ist mit egal wem verbunden. Nein, ich bin verbunden mit der Urquelle und über Joshua erhalte ich alle diese Informationen, so wie andere Leute auch channelen. Dann kommt der Gedanke, die ich Joshua gefragt habe, warum sind die Werte so extrem angestiegen, gerade in diesem Monat? Nun, die geistige Welt, antwortet er mir, die will ganz einfach, dass wir vorankommen, dass wir in unsere Schöpferkraft kommen. Und es sind so viele erwarte Menschen da, aber sie machen keinen Fortschritt in dem Sinne, wie wir Veränderung wünschen. Wir wünschen uns alle Veränderung, wollen aber nicht unbedingt was dafür tun. Wir bleiben in unserem Leben ziemlich stationär in diesen Dimensionen, wo wir uns jetzt befinden. Denn man sollte eines bedenken, wie Joshua das so wunderbar beschreibt. Er sagt Folgendes, er sagt, wenn wir jetzt mal an die Ernährung denken, mein Lieblingsthema, ich bin persönlich auf Lichtlauung. So, was heißt Lichtlauung? Lichtlauung heißt einfach, dass ich mich von dieser göttlichen Energie ernähre und meinen ganzen Körper damit auffülle. Es heißt aber auch, dass ich irgendein Lebensmittel angucken kann. Ich rede jetzt von Pflanzen und solchen Sachen. Und mir diese Energie, so für die Naturwesen, kann ich mir diese Energie in mich aufnehmen. Wie man das macht, kann ich euch alle gerne mal privat erklären oder in Vorträgen, wenn ihr das wollt, braucht euch nur zusammenzusetzen, dass ihr eine Gruppe zusammenbekommt, wo wir dann solche Vorträge machen können. Ich habe einige dieser Vorträge schon gemacht, in relativ kleinem Kreis. Aber in Basis wird auch so ein Vortrag das Beisein, wo wir ganz genau erklären, warum das so vor sich geht. Joshua möchte, oder die geistige Welt möchte, dass wir hingehen und in unsere Schöpferkraft kommen. Was wiederum bedeutet, in unsere Schöpferkraft kommen, dass wir nicht immer wieder die Verantwortung abgeben an andere, sondern selbst etwas bewirken. Und dieses Selbstbewegende fängt uns selbst an, in die Liebe kommen. In die Liebe kommen zu unserem Körper. Und glaub mir eines, solange wir uns am Töten von anderen Lebewesen beteiligen, solange können wir nicht in die Liebe kommen. Das sind ganz interessante Themen, die wir gerne mit euch besprechen werden, wenn ihr die Geist ein Gott. Jeder ist frei zu denken, wie er will, zu fühlen, wie er will. Aber jeder ist auch frei zu erschaffen, was er will. Und die geistige Welt lese uns zum Beispiel diesen Level 14 Unendlich ausdehnen. Denn wir gehen immer nur vorwärts, ja, aber in ganz kleinen Schritten. Dann habe ich auch hier schon dazu gefragt, warum ist das denn so? Ich habe es vorhin schon gesagt, weil wir diese Zeit noch brauchen, um endlich in die richtige Funktion zu kommen. Was heißt das jetzt schon wieder? Ganz einfach erklärt. Wir brauchen eine zum Ausstieg oder sogenannte Ausstieg, brauchen wir eine DNA-Strukturveränderung. Die DNA soll sich komplett verändern, damit wir feinstofflich werden. Diese Veränderung kann aber nur stattfinden, wenn wir nicht mehr feststofflich nahe zu uns nehmen. Das ist ganz einfach im kritischen Bereich. Jeder sollte sich mal seine Gedanken darüber machen, was das für uns dann bedeutet. Ich habe da mit einem Freund heute Morgen geredet, unser lieber Merlin. Wir tauschen uns jeden Tag aus über diese Dinge. Und dann habe ich ihm das erklärt, was Joshua mir erklärt hat. Joshua sagte zu mir, guck mal, ihr sollt nichts tierisches essen, wenn ihr es jetzt aus falschen Beweggründen heraus macht. Dass ihr nicht in der Liebe seid, wer macht das vom Verstand her? Dann stell dir folgende Situation vor. Du lebst in einem Paradies auf einer herrlichen kleinen Insel. Und auf dieser kleinen herrlichen Insel lebst du mit deiner Partnerin und du hast alles, was begehrt dein Herz. Du hast Tiere rundherum, du hast wunderbare Früchte, das herrliche Trinkwasser in einem kleinen Berg, sodass ein Mikroklima funktioniert. Das Regen, Frischwasser, das Salzwasser, das alles. Das Fische im Meer, das alles, das vielleicht sogar Fische im Süßwasser. So, in diesem Paradies kannst du jetzt leben. Das ist gar nicht so einfach. Denn du hast immer noch die Erinnerung an dein altes Leben. Du hast Gaumenfreude von deinem alten Leben. Du hast diese Erinnerung in deinem Unterbewusstsein gespeichert. Und dieses ist unser Bewusstsein für dich dann über kurz oder lang wieder dazu verführen, dass du sagst, oh, da sind schöne Enten, die legen mir jetzt ein paar Eier. Da kann ich mir ja mal wieder ein Ei kochen und ein Ei essen. Und dann, nachher geht es dann weiter. Ja? Und dann tötest du vielleicht deine Ente schon wieder, um einen schönen, tüspigen Entebraten zu haben. Weil der eine Gaumenfreude das dir bringt. Dann sagst du, okay, ich brauche Salz. Also werde ich Salzwasser nehmen und das entsalzen und das Salz sammeln, um das Fleisch zu würzen. Und so weiter und so fort. Und schon sind wir wieder in unserer alten Denkweise, in unserem alten System, der uns ja schließlich abgewacht hat von der Göttlichkeit. Also an was liegt es denn? Es liegt nur daran, dass wir umdenken sollen. Und diese Umdenkerei, um die mitzuerleben, braucht man einfach den Weg zur Lichterung. Der Weg zur Lichterung, das heißt, zuerst mal, der erste Schritt davon ist vegetarische Ernährung. Das geht ganz einfach, wenn man das will. Dann kommt der zweite Schritt. Alles tierische weglassen, zusätzlich zu der vegetarischen Ernährung, das heißt, auch Ei und so weiter. Dann kommt man vegane Ernährung, wo man dann alle tierischen Produkte komplett verbläst, auch Milcherzeugnisse und so weiter. Und wenn man auf diesem Stufe ist, dann brät man immer noch. Man verändert die Struktur der Nahrung, man kocht, man braten, man brät, man verändert das Zellgewebe von jedem Teil, was man isst. Und dann wundern wir uns, wenn wir das machen, dass unsere Zellen genauso reagieren. Das ist doch ganz klar, die ganzen Zellinformationen, die von dem Nahrung, die wir zu uns nehmen, verändert wurden durch uns, die kommen in unseren Körper hinein. Und welche Informationen geben ja unsere Zellen ab? Veränderung, die regelrechte Veränderung der Strukturen, der Genstrukturen. Das ist Braten, das ist kochen. Und wenn wir den Ballast dann mal hinter uns haben, dann sagen wir, okay, ich hab's verstanden. Ich kann nur Zellbrennung bei mir feststellen, also lass ich das jetzt. Und ernähre mich rein von Rohkost. Und diese Rohkost, das ist auch gut. Da ist auch darin manches an Schadstoffen drin, wo wir nicht steuern können. Und dann kommen wir selbstverständlich zur energetischen Reinigung, die jeder von uns lernen sollte. Wenn wir das nämlich machen, bei uns und bei unserer Nahrung, die wir uns zuführen, dann werden wir noch feinstofflicher werden. Und so können wir schlussendlich, wenn wir auf Lichtdauer übergehen, dass wir gar nichts feinstoffliches mehr zu uns nehmen, können wir in diesen Genuss kommen, dass wir dann auch in die nächsten Dimensionen sozusagen das Wort aussteigen. Mag ich gar nicht. Aber es ist nun mal so, wir schwingen dann höher und werden feinstofflich. Und da können wir uns in solchen astralen Dimensionen bewegen bis weit darüber hinaus. Das ist das Wunderbare, was man dann bewerkstelligen kann. Nur wer macht das? Wer kann das machen? Wir selbst. Wir selbst sind unsere Schöpfer und wir selbst bestimmen, was abgeht bei uns. Niemand anders. Und das sollte uns bewusst werden, dass wir unsere eigenen Schöpfer sind. Wer kann dir gesagt, dass du dir wünschst, dass ich auch diese Welt verändere. Das verändere du selbst in dir oder ähnlich. Aber der wichtige Punkt ist der, dass wir selbst diejenigen sind, die das verändern müssen und nicht die Verantwortung wie immer wieder abschieben aneinander. Das waren ein paar kurze Erklärungen über unsere Messwerte. Es waren ein paar kurze Erklärungen über die Lichter. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Wenn ihr zusätzliche Fragen habt, besucht uns einfach wieder hier in Walshut oder im nächsten Punkt in Basel. Wir werden auch einen Workshop über diese Reinigung machen. Jetzt in der Kürze. Und zwar bei Wolfsburg, da oben in Norden, wo wir mal das erste Mal sind. Auch da seid ihr alle recht herzlich willkommen, diese Reinigungsmethoden zu lernen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch meldet für alle Themen, die euch beschäftigen und dass ihr dann uns Fragen stellt, uns Löcher mit Fragen, sodass wir wirklich euch in Liebe antworten können, was die Zukunft mit uns bringen können. In diesem Sinne sage ich einen guten Abend an allen.